ja leute ich fand mich hier auch mal wieder melden auf meinem mail account es soll nur eine kleine info sein für euch und zwar erstens ich wünsche euch frohe weihnachten ein gutes fest und ein guten rutsch ins neue jahr in hoffnung dass nächstes jahr besser wird dieses jahr war echt nicht leicht für keinen von uns ich hoffe einfach dass das nächste jahr alles wieder besser wird und besser läuft ich wollte eigentlich nur euch auch bekannt geben dass auf diesen kanal nicht mehr viel kommen wird ich bin eigentlich so ziemlich raus aus designs was das angeht es sollte eigentlich noch ein speedart kommen ein banner dual mit abgelehnt ich weiß nicht wann das kommt aber es wird auf jeden fall ich hoffe zumindest noch kommen denn abgelehnt schicken mehr seine daten als zu sein datei nicht und generell ich glaube bisschen komisch mit dem aber egal ist eine andere geschichte genau und ich bin zurzeit auf meinem zweiten account auf meinem gaming account der ist noch ist auch unten verlinkt da bin ich zurzeit recht aktiv also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen da kommen bei gaming videos größtenteils rambo 6 oder mal cisco highlights oder sowas eben das mache ich auch von zwei kanal aber ich bin überlegen ob ich das vielleicht auf diesen kanal mache und da brauche ich jetzt euch als community soll ich das lieber auf einen zweiten account machen also auf dem zweiten kanal oder soll ich das hier bringen amin ich habe hier auch mit gaming gestartet dann bin ich rüber zu designs mache ich seit eineinhalb jahren oder so hier designs und dann auf einmal wieder content wechseln werden wahrscheinlich wieder viele deabonnieren und falls sie dann wieder ins design reinkommen ja wisst du was ich mein so schreibt mir wenn die kommentare ob er die gameplays auf diesem kanal sehen wollt oder halt auf dem zweiten kanal ja aber ich glaube auch dass sie hier vielleicht bisher mehr aufmerksamkeit bekommen als natürlich auf dem zweiten kanal weil das noch nicht zu viele abonnenten und so weiter und bist du was ich meine damit glaube ich genau wir versuchen gerade wieder klaus studios bisschen zu beleben denn das service auch relativ dauernd eben auch weil viele meister viele design gewittet sind so und deshalb würde ich mich echt freuen wenn er mal auf kurz vorbeischaut es gibt gefühlt zu jedem event ein giveaway oder hin und wieder mal giveaways besuchen auch zurzeit noch steps und ein paar member fürs team wir hatten auch zurzeit ein weihnachts giveaway am start ja vielleicht zu neuer auch noch was auch noch mal was kommen meistens mit einem preiskopf von 20 euro psc paypal was auch immer ihr wollt genau ich habe mich verfreuen wenn er auf klaus studios auch vorbei vorbeischauen würde auf uns bis kurz aber damit er wieder ein bisschen aktiver wird wir haben uns hier sehr viel aufgebaut mit klaus studios aber auch viel arbeit viel schweiß und tränen das war es eigentlich schon ich wünsche euch noch wie gesagt frohe weihnachten frohes fest und das war es hat rein und tschau tschau